also müssen wir hier wieder runter und dann ich musste kurz abhauen ein paar folgen ja auch ja auch du bist ja ich bin wieder hochgekommen bin hinten runter nein 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 mp5 müssen durch bei mir schon wieder okay was machst du denn damit? schießen essen und schroffeln ist auch da schon wieder weg alter die waren da recht üble ferale mega glühende augen stinker im start ja da hast du aber recht im start aber wir können das treppenhaus hier nachher nutzen oh das ist gut das muss man nicht vergessen oh jetzt muss man mal habe ich einen verband dabei? welche dabei? ja habe ich musst du noch schroffeln? ob ich noch welche habe? elf schuss okay mit eng und wir haben noch den großen den großen end boss kampf haben wir noch vor uns fürchte ich jetzt kommen erst mal geier vielleicht ist dein turn dran du hast noch lange range waffen ja oben ist einer drauf und da unten sitzt einer wo ist denn unten? ja und da ist es genau da und zwei stück kotzig steht in der scheibe da kommt aber gar nicht ja da kotzig gerade nur selber also ich habe echt nie mehr für muni ja ich auch nicht und oben auf dem turm wenn wir gleich hoch gehen da war dann noch etliches ja gut wir müssen mal durch können wir jetzt schlecht umdrehen und sagen wir gehen wieder lass uns erst den kotzig weg machen oder? ja achso jetzt ist er auch freigekotzt ja ja voll hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir von rechts auch Alter das sind alles ein polizist ist hier hinten noch Alter oh nein ich habe nichts mehr nachgeladen ich habe jetzt noch zwei Schuss in der Schrofflinke ich habe jetzt noch zwei Schuss in der Schrofflinke ich habe jetzt noch zwei Schuss in der Schrofflinke oh nein that's all mal oben gucken vielleicht gibt es ein bisschen gibt es ja nicht dass du hier mit minus muni raus gehst ich denke mal oben gibt es bestimmt was aber aber so viel wie du verbraucht hast um mir die Typen hier abzuknallen war ja schon noch nicht ohne nö hier gibt es gar nichts in dem Scheiß drum hier hast du hier schon? nö 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 also drin ja aber ich habe noch nichts geguckt druck also draußen geguckt ob man ein paar Eier kriegen aber ja zwei stücke mein so achso wir müssen nö ja hier drauf ja aber kommst du denn jetzt springen niemals hin? stimmt du hast noch ein paar Blöcke oben nicht hast hab ich oben erwartet uns ein bisschen was unelegantes ich gucke ja ja gucke nur hoch ne hier ist alles gut alles leer? ja kann ich ja gar nicht glauben hier gibt es nur abzuholen naja das ist ja auch schon mal was wir wollen dass es sich gelohnt hat hier ja munitionstechnisch ist das schon mal gut eine Robotik Drohne oh und mal ein 65 Schuss für die Schrofflinder das beruhigt mich noch mal ein bisschen ja das stimmt und hier sind ja noch ein paar hoffentlich geile Kisten die Jagdgewehr Stufe 5 ich bin voll kann ich auch Roheier essen? das kann ich dir nicht sagen bisschen Schrotmoney gott sei dank ja kann nicht ist doch blöd eigentlich aber ich bin gut schlagen eine Robotik Hammer Eisen Spitze aus äh Eisenspitze Fallspitze aus Eisen und Eisenbolzen für Armbrüste kann ich aber nicht mehr weil ich bin voll hast du hast du Waffenkiste durch noch mal schnell noch Dietriche ja äh ich habe auch noch jede Menge Chrysanthemensamen brauchen wir nicht ne? ne Chrysanthemensamen brauchen wir noch nicht oh scheiße ja gut wenn wir ihn zerlegen können den Robotik kann man geht bis jetzt konnte ich noch alles einstecken ja ich habe es noch mal drei Plätze Platz gemacht hier aber lass uns lieber zusammenlegen ne? ja ja aber das waren jetzt sowas wie Samen, Baumwollsamen, Chrysanthemensamen das achso das ist jetzt bruchstern brauchen wir nicht ich kann mein Spruch richtig das habe ich jetzt mal weggeschmissen bei der Großkiste werde ich nervös weißt du? ja verstehe ich natürlich hier durchgeblasen aber ich glaube jetzt war noch weiß ah sehr schön dann guck mal was drin ist wir haben da drin Grundausbildung zum Feuerwehrmann Band 2 oh fertige die Feuerachsten Mod verusere 25% mehr Schaden an Blöcken aber weniger an Gegnern ok dann zwei Verbände noch mal ne Magnum oh dann haben wir jeder eine jo ok also Federstiefel 100 200 Schuss für die Schrote und 180 Schuss für die 162 geht geht wir lassen mal zusammenlegen oder? ich wenn wir nichts mehr haben warst du es dann schon? nein haben wir es ja schon ich kann gar nichts davon nehmen achso ich kann vier Sachen mitnehmen auf jeden Fall also ich kann ein bisschen Schrote nehmen vier Sachen vier Sachen kann ich hier vier habe ich ja dann kriegen wir es hin warte kurz dann mache ich noch irgendwas klein hier die Eisenbolzen also schmeißen noch irgendwas rein Holz oder so oder äh über Metall hast du bestimmt auch ne? Metall habe ich Stoff habe ich ja Glas Holz wenn ich schmeiß da was mit rein dann nehme ich das Silber raus ich nehme die Verbände raus da brauche ich glaube ich sowieso noch alter ich brauche sowieso noch einen ja Magnum kannst du mir drin lassen die lasse ich dir drin auch wenn es die bessere ist ich will noch tauschen ja ne kein Problem so danke aber fünf Sachen ne? nein alles gut ich habe noch Platz für eine tatsächlich Wappentasche lila Farbe ist da rosa Farbe ist da ja wie die da wohl reinkommt das ist eine gute Frage so wir müssten jetzt rein theoretisch noch schnell wir müssten noch in den Turm da rein oh 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 Gott alter nicht äh nicht wo waren wir hier in den anderen hier? ja da können wir auch noch komplett rein aber wir müssen noch einmal zurück wir müssen ja noch diesen einen Raum rein wo die Bücherregale waren da würde ich schon mal gerne gucken wollen denn hier können wir halt auch rein dann müssen wir irgendwie nach ganz unten dann sind wir nämlich wieder ganz unten glaube ich ach so oder wir müssen uns aufteilen du hast keinen Platz mehr nach so einem Platz oh hier ist ein Shotgun-Messiah-Küste eigentlich habe ich nicht mehr so viel Platz da ist glaube ich sind noch mal ein zwei Sachen drinnen gewesen aber vielleicht geht es ja auch oder vielleicht kann ich auch gleich hinterher kommen ich gehe mal kurz hier äh das Treppenhaus runter hm hm ah ich bin schon wieder auf der Ebene das geht jetzt aber schnell ich bin schon in dem Raum ja alles gut dann komme ich gleich wieder hoch ja gut da glaube ich es sich gelohnt hätte äh ja Bauplan pump dann oh würde ich sogar dir lassen macht wahrscheinlich mehr Sinn weil ich glaube du ja durch die ja ich bin ja ich bin der Schrotflittenpenner hier von uns du bist der Schrotflittenpenner dann äh also oben ist glaube ich nicht mehr viel aber unten ist halt noch mehr ja genau unten was deswegen ich gucke mal kurz oben so lange dann schauen wir uns das unten auch noch an und haben schon wieder tierische Überlänge hier in der Folge ja aber was würdest du denn machen in der Riesenbude ja ich glaube das war es ich laufe jetzt nochmal schnell den Weg außen lang ob ich da nicht irgendwas verpennt haben ja warum nicht ja jetzt halber dann wollen wir die Bude auch komplett auseinander nehmen hier ne hier ist nix also oben ist nix ja ok dann sind wir hier auf der anderen Seite wo wir oben lang gelaufen sind und dann sind wir auch wieder da alles klar hier ist die Tür schon offen ok dann oh Klebewand das müsste ich mitnehmen ne das macht mehr Sinn ich bin voll aber das Zeug lasse ich hier ah jetzt bin ich unten drin wo wir oben drüber durchgelaufen sind die Dings hier hat 10.000 die Wand oh verdammt ja da habe ich mir jetzt ein Eigentor geschossen ehrlich ja ich habe ungefähr 50 Gegner vor der Tür und ich komme nicht mehr hier weg wo bist du denn ähm äh schwierig zu beschreiben ok ich höre die Tür ah ich sehe dich komm rum ich weiß nicht wie ich jetzt mal lebe den Sprung hier oh nein oh nein 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 oh Scheiße keine Chance gehabt das war äh eine gute Idee da unten lang zu gehen ach das wahrscheinlich wo die alle runter gefallen sind vorhin ne ne die waren alle auf dem Bank auf dem Bank auf dem Bank auf dem Balkon draußen Scheiße und du jetzt muss ich halt zurückkommt so nicht ne du musst es jetzt her äh kannst du ein Mini Motorrad ja vielleicht nehmen ne ja ja ich nehme jetzt ein Mini Motorrad und wir sind jetzt auf dem Weg ähm Nachteil ist äh ich muss auch mal hinkommen naja bin ich hier in diesem Treppenhaus was wir zum Ende hatten bringt mich das irgendwie weiter eigentlich ne ne ähm das bringt dich auf die Ebene wo der Raum war mit den Bücherregalen ach so und um 10 Uhr fangen die anderen zu rennen hier dann machen die mich aber auch nass naja deswegen geh lieber nochmal in den Turm und nimm den Rest mit und dann weiß ich wo ich hochgehen kann dann kann ich die ein bisschen umgehen ah ok ich weiß halt nicht ich muss mich da auf 10.000 durchprügeln ne in dem Turm da sind noch welche drin ne äh 10.000er Gitter sind da drin ach so ich dachte da kommen wir so durch dass da ein Weg durch wäre leider nicht aber vielleicht kriege ich irgendwie man da war immer eine Option nach unten zu kommen aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz hundertprozentig sicher ich bin hier erstmal wieder in den Turm ah hier ist 1000 und ah hier sind draußen okay aber hä da muss man sich irgendwie unten rein prügeln von hier geht das nicht da falle ich da bin ich tot wenn ich da unten ankomme das ist ok dann müssen wir von außen rein das kann natürlich auch sein irgendwas war auf jeden Fall das war irgendwas war mit dem Turm noch das habe ich mir irgendwie gemerkt aber hm dein bein ist verstaucht wenn du Schmerzmittel hast kannst du die vielleicht nehmen Ich seh das Gebäude schon wieder Ah ja 234 Meter Unter welcher Turm ist denn das von denen? Ich hab äh, ich steh jetzt neben dem Turm unten Du hast aber nicht genau, wo man hier reinkommt, noch nicht Ich bin jetzt wieder ganz unten, ich kann noch kurz mit dir reingehen, du hast ja nix Nee, ich hab gar nix Ich suche den Seitenangeln, wo unsere Kiste ist Ja, da bin ich, ok, sehr gut Du bist genau auf der gegenüberliegenden Seite Wo der Turm ist Ja Warum sind so viele Sachen in meinem Inventar? Eine Heizung? Ach, ich hab ein Auto abgeschraubt Ja, natürlich einige Ich bin nicht blöd, dass ich das Zeug jetzt im Inventar habe, weil Wo ist mein Motorrad? Und da im Loot? Kann sein, also ich hab meins auch dabei Schauen wir mal, dass es da, nee, hier ist es drin, ok Ok Ach ne, du hast ja gesagt, du legst jetzt hier rein, ne? Ich hab in den Müllhaufen mal was reingelegt Das muss man nachher nochmal mitnehmen dann, ne? Nehmen der Kiste Damit ich leer bin, natürlich hab ich zwei Zombies geworden, das war ja klar Ach so Ja Ne, passt schon, ich hab's da einfach um den Kopf gehauen und hüpf jetzt in die Bude Ok Also ich bin jetzt um diesen Turm hier drum rum Hast du den Eingang gefunden? Ne Wollt hier trippelt ja noch einiges im Gebäude Ja Da ist richtig was los Ich kann ja nichts mehr Hä, womit ich denn jetzt hier zum Teufel? Jetzt auf der Geschäftsebene, ne? Aber jetzt nicht, dass sie schon wieder respawned sind Ne, das dürfte eigentlich nicht sein So schnell In diesem Schmelzofen? Da drüben sind welche, okay, okay Da wo du gestorben bist, werden noch so einige sein Sind die nicht alle weggeschossen? Nein Ach, okay Und wenn dann noch drei bis vier drin sein, ja? Dann, äh Ich hab, ich weiß nicht mal genau, wo du gestorben bist Ähm Bin dann am halben Weg wieder umgedreht und nochmal zu dem Turm gegangen Und seitdem versuche ich irgendwie Hast du natürlich die Blöcke hier mitgenommen, ne? Ne, eigentlich nicht Ach so Ach so Aber ich hab's auch so geschafft, alles gut Okay An der Stelle weißt du, wo wir vorhin waren Ja, also ein paar haben mich drangelassen Ein, ja Ein, ja Jedenfalls an der Stelle, wo es halt witzig war Ach so, okay Hast du keinen Eingang gehabt? Ne, da war ich unten, da hab ich nichts gefunden Also ich weiß nicht, ob man noch tiefer unten da reinkommt Oh, das weiß ich auch nicht Ich lau weiter Ja Soll ich mitkommen? Wenn was ist, ruf ich dich Also dann komm ich zurück Ja gut Mach mal sowas mal ein bisschen weiter Kann ja erstmal oben rein sneaken Ähm Oh, jetzt hab ich aber auch Kohldampf Zu essen gab's ja nicht so viel Alter, was klopfen die denn hier auch noch rum? Ist es nicht Das sind ja auch ganz schön viele, wie sich das anhört Nach draußen weg haben die sich geprügelt Die haben das ganze Ding weggeholzt hier Das ganze Metall Okay Ohja, immerhin sind sie weg von meinen Sachen, ne? Ja, das ist doch schon mal gut Ich hab wahrscheinlich irgendwie versucht zu mir zu kommen die ganze Zeit Jo, was lass ich denn jetzt hier, weil ich hab hier noch, äh 100 Schuss für die MP3 Nichts zu essen bitte, ich weiß noch gar nicht Ich verliere schon ein Leben, weil ich sie nicht hab Das ist nicht gut, ich hab leider nichts zu essen in der Tasche für dich Sonst können wir uns auch immer weg machen Wenn die nur wieder weg kommen Hm Oh, hier ist ja Alter, wenn die gleich alle losrennen Muss auch erstmal nachladen Alles Oh Gott, ich hör ja etliches bei dir Jaja, hier ist die Hölle los Jaja, hier ist die Hölle los Und wo hängt der Bauarbeiter fest Den hab ich auch Okay, man kommt irgendwie von unten hier rein Hier ist ne Leiter Oh, jetzt ist dunkel Oh Gott Oh Gott Ich hör aber nicht hin jetzt Oh, jetzt weiß ich wieder wo ich bin Okay, jetzt muss nur noch nach oben kommen Nee, hier gehst du nicht nach oben Doch, hier gehst du nach oben Lerne wie du Zigarren fertigst Alles klar benutze ich Ach, du bist schon da oder was? Ich hab mich einmal durchgeprügelt Und konnte jetzt zwei Kisten so von draußen aufklopfen Okay Ähm, aber in die dritte komm ich leider nicht Ich probier's nochmal Ich bin jetzt da hinten nach oben Aber Da muss man doch hier unten irgendwo durchkriechen Da ging's auch noch weiter Aber Jetzt kein Bock da Ich muss hier erstmal ein paar Zombies erschießen Und zwar drinnen Ja Ja, ich höre jetzt nicht hier trüffeln Aber ich muss gar nicht für die sind Und auch die hier am Fenster Neben dem Turm Es sind Sechs, sieben Mindestens Achso, oben warst du im Turm, ne? Ganz oben Ja, da war ich, da war nix Okay, da musst du dann schon oben rein, dann warst du recht Aber ich sehe die andere Kiste Ich weiß, welche du meinst, ja Okay Aber runter springen kann man doch nicht Aber hier ist tatsächlich nicht ne Leiter noch von unten, die hochkommt Ich geh jetzt mal hier unten hochkommt, oder? Ich geh jetzt zur Kiste Ich hoffe ich auch sonst von unten rein Also, ich hoffe ich dir einmal nach unten, dann weißt du, wo sie rein geht Aber ob es dir das lohnt für die eine Kiste Oh, jetzt geht hier langsam was kaputt Das wird schnellstmöglich zu dir zu Nein, 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 jetzt bin ich am Arsch Oh, die kommen gar nicht runter, ich bin runtergesprungen, komm mal aus Haben die keinen Bock drauf? Ne, die sind zurückgelaufen und dann irgendwie bei der Leiter runter Ah Man klopft sich da jetzt irgendwo durch Ja, wahrscheinlich Ja gut, jetzt bin ich hier schon mal unten, ne? Ich weiß nicht So, wie tue ich mir was, wenn ich da runter springe? Man kann relativ hoch springen Ich bin ein verstaubter Knöchel, das ist jetzt nicht so wild Ja, habe ich ja auch, habe ich ja schon Oh, ich höre es Oder ich das selber, kann auch sein Ich glaube, das hast du selber Herzmittel am Start Na, Kiste war glaube ich welches Aber ich weiß auch gar nicht mehr wo die ist Ja, müssen wir noch ein bisschen rumlaufen Mhm Um eine Ecke rum müsste sie sein Ultralangsam Ja, ich ähm Achso, du bist überladen auch noch, ne? Ja Kann nicht schnell laufen wegen äh Den gebrochenen Knöchel, ja Ja, ich auch Nimm mal eine Sache hier reinlegen So Ich habe noch mehr reingelegt Ich bin ja voll, deswegen Äh, hier gibt es schon mal kein Schmerzmittel Erstmal eine Dose Katzenfutter, die andere kannst du essen Ne, bei mir geht es nicht Ich bin ja gestorben, ich bin ja voll Achso Sie gönnen die ruhig beide Ja, sehr gerne Ich habe einfach mal jetzt alles genommen, was noch ging Ich wollte sagen, solange du mein Motorrad nicht genommen hast, ist alles gut Mh, das weiß ich nicht Nee, hast du nicht Ha, gut Okay Jetzt können wir machen, was wir wollen Jo Jetzt bin ich nämlich wieder auf Halbwegs wieder hergestellt Oh, wie ist das aus? Wohnt sich auch nochmal hier drin? Ja Ist ja nicht nur Scheiße drin Nee, nee, tatsächlich nicht Hm Oder eine Magnum, die lass ich dir mal drin Achso Ich kann dir sonst aber alles nehmen hier, alles andere Ja, nimm mal Ja, eine Magnum musst du ja nochmal gönnen Jo Ja Ja Nimm mal zurück, wollen wir jetzt aber trotzdem nicht, ne Geht zurück Ja, dieser wegen der Kiste da Ne, wegen der einen jetzt Richtung zurück wollen Wir können den Loot-Drop noch mitnehmen, glaube ich Das könnte man vielleicht auch tun Wenn wir jetzt schon einmal hier sind Ja Ja, die 300 Meter Ja Warte, sind Kartoffeln wieder da? Uh! Hm, heute werden sie nicht wieder da Nee, die Kartoffeln auch nicht Ich mag die Magnum jetzt schon Zwar mag ich die Desert Eagle noch ein bisschen lieber Ha 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 Aber vielleicht kann ich ja die Halbautomatik hier Mod einbauen Oh, Loot-Drop Rezept Gumbo Eintopf Und ein Lederrüstungspaket Ich bade geil Nee Wir müssen hier noch abzuholzen Außer Mais Brauchen wir Mais? Nee, nicht so Und so viel gibt's ja ja nicht, oder? Hinter dir kommt einer Ja Aber lass mich ja vollsten, ich krieg mehrmals raus Ach so Verdammt Uah Gut, ich nehm das Fleisch dann mit, ne? Ja Ui So Hm, klar es ist keine Eier gibt Ich musste ja schon zwei Eier essen, die ich da hatte Dann würde ich sagen Dann würde ich sagen Die Düsen nach Hause, oder was? Da kommt noch ein Ende der Und jetzt kommt er zu mir Hehehe Der Sound ist nice Alles klar Wir brauchen wir uns mal nach Hause, oder? Oh Gott, wir sind ein Fischer Jo, drei Kilometer nach Hause Weit genug Ja, wir müssen uns ja trotzdem nochmal umgucken hier Wir müssen ja nochmal zum Händler Ja Ähm, ob es es hier noch für Gebäude gibt Ja, ja Die war ja ne riesen Stadt Eben Mit allem möglichen geilen Zeug Mh, hm Mh So Müssen wir mal einen Tag auf Erkundungstour hier oben gehen Ähm Fotgar Messias haben wir jetzt Ja Ja Da gibt es tatsächlich noch so einiges Wenn ich dieses Riesengebäude hier links schon wieder gesehen habe Wo wir eben vorbeigefahren sind Die Villa da, ne? Ja Ja Diese Eingezäunte hier Hier, ja, auch nicht schlecht Aber Wir werden sehen So Wir werden sehen Wir werden sehen Wir werden sehen Wir werden sehen Ja, das ist richtig So, ja Das war mal eine ausgiebige Tour Ich weiß gar nicht Ob es zwei oder drei Folgen geworden sind Im Shotgun Messiah Mal gucken wie es passt Wir machen erstmal Schluss für die Folge Vielen Dank fürs Zusehen Ich verhungere Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig an hier zu Hause Ich habe gar nicht mehr so geleben Oh nein, es wird noch was werden Ich könnte noch ein Verband geben im Notfall Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Bei Sunday to Die Macht's gut Bis dann Wir sehen uns Ciao